Herzlich willkommen heute bei Aktien im Fokus mit einem Schwergewicht aus dem Technologiebereich, der im oder die im Dow Jones notiert. Wir sprechen über die Salesforce. Mein Name ist Andreas Pernstein zusammen mit Roland Jägen. Free Stocks und Fit for Finanzen geht es nach dem Intro los. Und da sind wir auch beide zu sehen und zu hören. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, freut mich, dass wir heute wieder über die Salesforce sprechen, denn als sie vor wenigen Jahren in den Dow Jones aufgestiegen ist, musste man noch ganz viel erklären. Aber letzten Endes, wer sich tiefer in der Materie schon eingearbeitet hat, der hat über das Kürzel direkt einen Blick auf das, was in der Firma vorgeht. Genau, CRM steht für Customer Relationship Management, also Kundenbeziehungsmanagement. Letztendlich, ja, es geht um ein großes Softwareunternehmen aus den USA, das hauptsächlich im Bereich Cloud Computing angesiedelt ist. Und da wirklich eine sehr, sehr gute Plattform, Plattform as a Service und Software as a Service anbietet letztendlich. So ein bisschen nach dem Baukastenprinzip können sich die Kunden da ihre Lösung individuell zusammenstellen. Ja, mehrheitlich geht es da um die Verkäufe, also quasi auch für große Callcenter sehr, sehr geeignet. Ein Freund von mir arbeitet in einem solchen und sagt, seit die Software eingeführt wurde im letzten Jahr, geht alles viel, viel schneller, weil man die Dokumente vorliegen hat. Man weiß, mit wem man geschrieben hat, wann wieder ein Rückruf ansteht und so weiter und so fort, um es mal auf den Punkt zu bringen aus Erfahrungswerten. Plus 29 Prozent Produktionssteigerung. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon eine Hausnummer, die man letztendlich hier, mit der man auch wirbt, dass die Kunden einfach da viel produktiver werden, was sie insbesondere, was den Vertrieb anbelangt, aber auch Kosten einsparen können, letztendlich Supportkosten einfach durch diese sehr, sehr guten Lösungen. Und ja, diese Online-Abonnements, die machen mit 94 Prozent auch den Hauptteil des Umsatzes aus. Und dann bietet man darüber hinaus auch noch professionelle Dienstleistungen an im Beratungssegment und man implementiert auch Schulungsdienste und so weiter für seine Software. Und das macht letztendlich sechs Prozent des Umsatzes der Salesforce aus. Das ganze Geräte übergreifend nutzbar. Also das sieht schon sehr, sehr schick aus. Ich selber habe es noch nie benutzt, aber ich stehe auch so ein bisschen auf so kleine Grafiken und Widgets, die man hin und her schieben kann. Und die Geschichte von Salesforce, die hat ja auch legendäre Charakterzüge, denn die Datenbank dahinter, die hat sich vielleicht erfahrungsmäßig zumindest der CEO, der Marc Benioff bei Oracle, seinen vorhergehenden Arbeitgeber, ein Stück weit abgeschaut. Genau, da hat er schon einiges an Erfahrung gesammelt in diesem Bereich und hat dann letztendlich die Salesforce 1999 gegründet und hatte da auch ambitionierte Ziele letztendlich. Und ja, Marc Benioff hat mal gesagt, es ist also ein bisschen das Ende der Software, wie man sie kennt, weil er einfach direkt von Anfang an davon überzeugt war, dass man das Ganze in die Cloud auslagern sollte. Und damit hatte man auch wirklich einen gewissen Vorsprung sich erarbeitet, auch im Vergleich zu einer Oracle oder einer SAP, was ja doch zwei große Konkurrenten letztendlich sind, auch in diesem Segment des CAM. Und man ist sehr, sehr schnell gewachsen, hatte dann auch schnell über 150.000 Kunden und wurde nicht ohne Grund als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der USA bezeichnet. Deswegen auch das Logo mit der Wolke, mit der Cloud, was seit Anfang an geblieben ist. Also die Vision ist Wirklichkeit geworden letzten Endes und hilft ganz vielen Firmen noch produktiver zu arbeiten. 3,3 Millionen Arbeitsplätze sollen geschaffen worden sein. Das kann man nicht genau überprüfen, aber das liest sich schon super. Die Kundenliste kann man allerdings überprüfen. Da steht eine Spotify drauf, eine Amazon Web Service, eine US Bank, aber auch Toyota. Ja, man hat sehr, sehr viele großen Kunden, aber letztendlich konzentriert man sich nicht nur auf die großen, sondern man ist eigentlich auf Unternehmen jeder Größe spezialisiert. Und das ist auch ein großer Vorteil, dass man wirklich auch eine breite Masse hier an Unternehmen anspricht mit seinen Produkten und Dienstleistungen und damit oder letztendlich dadurch auch die großen Wachstumsraten hier erzielen konnte. Ja, und er hat nicht nur seine Erfahrungen aus Oracle einfließen lassen können, sondern mit dem Co-CEO auch jemanden an der Hand, der bei Google Maps maßgeblich mitgearbeitet hat, den Facebook-Button mitentwickelt hat. Das ist der Brad Taylor. Und vielleicht können Sie gemeinsam beim Thema Künstliche Intelligenz neue Treppenstufen des Erfolgs erklimmen. Ja, Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema, wurde auch gestern im Investoren-Call mehrmals hier genannt, dass man insbesondere sehr intensiv an seinen neuen KI-Anwendungen arbeitet. Und man ist überzeugt davon, dass das dem Unternehmen weiterhin zu großem Wachstum hier verhelfen kann. Und ja, man sieht sich selbst so als auch einen der Gewinner letztendlich um die jüngsten Entwicklungen im Bereich KI. Es ist ja so ein bisschen ein Hype aktuell, auch jedes Unternehmen versucht da auch das Thema KI, insbesondere in diesen Investoren-Calls anzusprechen und welche Möglichkeiten sich dadurch bieten. Aber ich denke, da ist Salesforce sehr, sehr gut aufgestellt. Und es ist nicht nur eine Luftnummer, sondern versucht wirklich das auch in seine Lösungen zu integrieren. Und das meinte wahrscheinlich Marc Benioff mit, das ist erst der Anfang, als er vor dem Quartal, was wir jetzt eben hatten, im März darüber sprach, was die Ausrichtung für das Gesamtjahr ist. Jetzt haben wir die Daten vorliegen. Umsatz und Gewinn konnten sehr gut gesteigert werden. Das las sich insgesamt doch gut. Ja, insgesamt solide Zahlen, könnte man sagen. Man hatte Umsatzsteigerungen hier entsprechend. Man hat auch den Gewinn wirklich deutlich angehoben oder konnte ihn steigern im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Margenprognose sieht auch sehr gut aus insgesamt und also ein solides Quartal und auch ein guter Ausblick, könnte man sagen. Ja, und der Ausblick, der ist wirklich von rein Zahlen wäre gut. Aber wenn man bei den Anlegern weiß, dass sie manchmal so ein bisschen gierig werden, will ich mal vorsichtig formulieren. Also wenn man schon 30 Prozent Wachstum gewöhnt ist über mehrere Jahre und dann kommt vielleicht nur 28, dann sind vielleicht einige verstimmt und das könnte der Grund sein, warum die Zahlen auch nach plötzlich wieder abverkauft wurden. Genau, so ein bisschen negativ, denke ich, wurde diese leichte Schwäche im Segment Professional Services aufgenommen. Das macht zwar nur einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus, aber letztendlich da kann man vielleicht nicht die Steigerungen erzielen, die erwartet worden sind. Und dann ist es so, dass zudem auch die Steuerlast künftig steigern wird, weil die Verlustvorträge soweit aufgebraucht sein werden. Und das sind zwei der Punkte, die hier leicht negativ zumindest in der ersten Reaktion vielleicht auch aufgefasst worden sind. Das Segment zeigen wir hier an, das ist wirklich das kleinste der Geschäftsfelder, die man hier sieht. Aber abseits von den Geschäftsfeldern, wenn man das wieder regional aufspannt, ist Salesforce ja in allen Regionen mit zweistelligen Wachstumsraten gut dabei. Genau, man kennt von der Salesforce diese zweistelligen Wachstumsraten aus den vergangenen Jahren. Und die kann man weiter halten und versucht sie auch hier in der Zukunft liefern zu können. Also das sieht sehr, sehr gut aus, wenn man hier diese Wachstumsraten sich anschaut. Die dürfen gern auch ein Stück weit nach vorne transportiert werden in die nächsten Jahre. So ist zumindest der Ausblick. Dann steigen auch wieder die Margen in allen Bereichen an. Wenn man in die Bilanz reinschaut, hat man ja mit knapp 30 Prozent schon Zahlen bei der Umsatzrendite vorliegen, die andere Unternehmen vor allem von der Größenordnung gar nicht mitbringen. Genau, das ist vollkommen korrekt. Hier sieht man, die Nettomarge ist so ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren und soll aber wieder auch deutlich ansteigen in den kommenden Jahren. Das ist auch so ein leicht negativer Punkt. Aber insgesamt sieht hier auch der Ausblick für die nächsten Jahre bis 2026 sehr, sehr gut aus, was die Bilanzzahlen anbelangt. Da darf sich der Gründer auch freuen. Er hat ja noch Aktienanteil behalten, so ähnlich wie sein ehemaliger Chef bei Oracle. Genau, er hat die behalten, hat die nicht abgestoßen, auch wenn die Aktie dieses Jahr schon sehr, sehr gut performt hat und wird hier nur von der Vanguard Group und SSGA Funds Management übertroffen. Das heißt, mit 2,77 Prozent ist das wirklich noch ein sehr großer Aktienanteil, den er hier weiterhin selbst hält. Ja, gut gelaufen, hast du schön gesagt. Also 68 Prozent im laufenden Jahr, das ist schon eine Performance, die hat man nicht alle Jahre. Die hat man nicht alle Jahre und die kann sich auch sehen lassen im Vergleich zu den Mitbewerbern. Hier einige kleinere Unternehmen aufgelistet, die auch in diesem Bereich des Cloud Computing tätig sind und da braucht man sich nicht zu verstecken. Auch als Schwergewicht kann man hier weiterhin sehr, sehr gute Zahlen liefern, was die Aktienperformance als auch die Wachstumsraten anbelangt. Da ist man natürlich jetzt gespannt, ob es so weitergehen könnte. Gibt es da weitere Widerstände, Unterstützung, Trendlinien, die du uns mit dem FreeStocks-Tool herausarbeiten kannst? Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst hier im großen Bild an, im Big Picture, im Wochenchart. Da sieht man seit den Allzeithochs bei 311 Dollar hier Ende des Jahres 2021 ging die Aktie zunächst in einen Abwärtstrend über, hat wirklich hier deutliche Abschläge zu verzeichnen gehabt, konnte sich aber jetzt seit den Tiefs, die im Dezember des letzten Jahres ausgebildet worden sind, sehr, sehr gut erholen, muss man sagen und ist jetzt auch wieder in einen mittelfristigen Aufwärtstrend übergegangen. Das sieht man hier auch im Tagesschart entsprechend seit Januar wirklich eine sehr, sehr gute Performance. Man konnte sich oberhalb aller gleitenden Durchschnitte hier etablieren. Man sieht auch die Anordnung stimmt hier wieder, 50 über 100, über 200 Tage Durchschnitt. Das signalisiert einfach einen Aufwärtstrend. Und ja, jetzt ist man kürzlich vor den Zahlen hier auch in einen potenziellen Widerstandsbereich reingelaufen, bei circa 222, 223 Dollar. Das war ein Bereich, der Anfang 2022 sehr häufig angetestet worden ist. Und jetzt scheint es so zu sein, dass nach den Zahlen zumindest erstmal einmal Gewinne hier mitgenommen werden. Man sieht hier den Rücksetzer. Das heißt, wir werden einen Gap hier auch sehen zur Kasseröffnung. Und dann, es ist noch etwas Luft nach unten, denke ich, bevor die ersten Unterstützungen hier auch zum Tragen kommen. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ziemlich genau bei 200 Dollar. Und dann kommt diese horizontale Unterstützung bei circa 192, 193 Dollar zu tragen. als potenziellen Unterstützungsbereich. Der 100-Tage-Durchschnitt zieht jetzt auch langsam nach und könnte dann in einigen Tagen auch auf einem ähnlichen Niveau liegen. Ich denke, das ist ein Bereich, wo es vermutlich die Käufer wieder versuchen werden. Und da kann man vielleicht auch mit einem geringen Risiko einsteigen. Also es bleibt ein interessanter Wert. Und da sollte man einfach die Rücksetzer beobachten, um dann vielleicht sich trendfolgend hier positionieren zu können. Ja, das gilt ja für viele Weltmarktführer. Aber wir versuchen natürlich hier bei Aktien im Fokus genau solche Werte heraus zu picken aus dem Universum der Aktien, die man übrigens auch kostenfrei handeln kann. Genau, kann man kostenlos ohne Kommission bei Freestalks handeln, auch ohne Spread-Aufschlag. Von daher gerne mal testen und ausprobieren. Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Ganz lieben Dank, Roland Jägen, für die Infos und bis bald. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.